Ich heisse Beatrice Ganz, ich komme von Zürich. Ich male mit der Technik Aquarell auf Linwand. Ich habe diese Technik bei Maria Meier aus Edmatingen gelernt und male heute alle Bilder so. Ich war früher noch bei der Ecke Hart Hofmann und bekam einen sauderen Schliff. Ich lerne die Farben innen und innen zu fliessen. Das heisst, ich muss zuerst überlegen, was ich gestalten möchte. Zum Beispiel bei der Rose habe ich rosa-rote Farbtöne innen und innen fliessen. Ich habe hier den Hintergrund gemacht. Ich habe das Bild zu drücken. Dann habe ich die Blätter positiv und negativ gestalten gemalt. Ich male aus meinem Kopf, aus meiner Fantasie. Ich schaue, wie die Farben verlaufen. Was ich dann noch aus dem Bild rauskomme. Und ich erlebe meine Emotionen und meine Fantasie. Und ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, auszustellen. Und ich hoffe, dass meine Bilder auch andere Menschen glücklich machen können. Vielen Dank! Ich male Aquarelle auf Ringwand. Und zwar ohne Zeichnung. Ich überlege mir vorher, was ich gestalte. Ich lasse Farben ineinander innen fliessen. Und da habe ich zum Beispiel zuerst mit Jean-Briand das Gale gemacht. Dann habe ich Blau innen fliessen lassen. Und die Horizontlinie habe ich erst am Schluss vom Bild gemacht. Hier unten habe ich Spachteln, weil ich wusste, ich mache ein bisschen Felsen. Und ich möchte gerne eine Bucht machen. Dann habe ich das ganze Bild drücken lassen. Und danach habe ich noch die Pinie gestaltet. Die Technik habe ich bei der Maria Meier aus Edmatingen gelernt. Und bei Eckehard Hofmann in Leutenshausen habe ich auch viel in Aquarelltechnik malen und lehren. Ich nehme so meine Emotionen, meine Fantasien. Und das Malen macht mich sehr glücklich. Und ich hoffe, dass die Bilder auch andere Menschen glücklich machen. Vielen Dank! 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 Vielen Dank!